Oh, sehr schön, sehr schöne Kurven. Oh doch, es gibt den Turbo... Es gab den goldenen Boost hier mit dem Motorrad. Ach so. Nein! Ach du Scheiße, das ist das Ziel! Schnell! Eigentlich war das auch relativ klar. So, wo ist denn der... Ich würde jetzt gerne auf die Karte gucken, aber ich kenne die Strecke so überhaupt gar nicht. Oh, Scheiße. Ich habe überlegt, ob ich abblocken soll, aber ich war mir einfach unsicher. Ja. Oh, oh. Habe ich eigentlich mitgerechnet, dass ich erst von der Piranha-Pflanze gefressen werde? Dann habe ich damit... Ah, Scheiße. Habe ich damit gerechnet, von der Banane... Och, komm schon! So eine scheiß Grüne von irgendwo. Und ich schaffe es einfach nicht, mich abzusetzen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Ach, ärgerlich. Ach du Pisser! Ich bin 6er, Alter. Was ist denn hier los? Und ich glaube, Daisy ist gerade auch nicht unbedingt in Reichweite. Da ziehen wir vorbei? Oh, nein! Nein, das gibt es nicht! Das ist so dieses Typ... Ach, nö! Ach, es war noch gar nicht die letzte Strecke. Aber jetzt hat Daisy 8 Punkte vorsprungen. Oh, Mann! Wie dumm! Ja, ob man hier snaken kann, sollte... Keine Ahnung. Wir haben die Hupe bekommen auf 1. Das ist gut. Aller... Ja. Was hatte der denn? Hatte... Was war das? Das war jetzt gut, ey. Und dann müssen wir aber direkt auf den zweiten. Oh, er macht einen Fehler. Können... Oh, nein! Ach, Yoshi, du kleine... Ach, Mann, Yoshi! Ach, nö! Da bin ich ein bisschen schneller auf AC geraten und kann auch Zweiter werden, aber... Aber das war unnötig, Yoshi. Abkürzung... Oh, das war richtig dumm! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, das reicht noch für den ersten Platz, ey! Richtig hart umkämpft hier im ersten Rennen. Ähm... Das so ein bisschen? Ich weiß auch nicht. Für mich, das ist immer der rechte Weg. Jetzt würde ich nicht sagen... Jetzt könnte man natürlich alles hier herausinterpretieren, ne? Immer der rosa Weg, Cornel schwul, immer der rechte Weg, Cornel ist Nazi. Genau, ich wollte gerade sagen, gib mir mal hier so ein... Gib mir mal einen Antatscher. Wow! Nimm dies! Ich hab ihn getroffen! In der Luft! Scheiße! Habt ihr das gesehen? Der Wahnsinn, ey! Bin ich jetzt einfach mal ein bisschen selbstbewusst. Jetzt ist halt auch noch eine Piranha-Pflanze vor mir. Och, fuck! Nein! Und ich fahr nochmal in die Piranha-Pflanze rein. Och, scheiße! Oh, da wird mit Feuerbällen auf mich geschossen. Wir haben ein bisschen was zu verteilen. Oh, nein! Nein, 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 nein! Und trifft! Nein! Das gibt es nicht! Jetzt werden wir... Da werden wir dritter, das kann nicht wahr sein! Ich bin sechster, scheiße, ich bin gerade richtig schlecht. Nein, nein, oh! Ich bin so dumm! Aber ich komme immer aufs Offro, das ist echt ein bisschen doof. Das muss ich halt lassen. Och, du Pisser! Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Lass ich mich gerade aber deputieren. Ne, wie sagt man? Typieren? Glaube, typieren. Ja, schon die dritte Runde. Scheiße! Jetzt überholt mich. Nein, warum ist die Rote zerschellt? Ne, bloß nicht runterschubsen. Oh, nein! Ja, gut, was willst du da machen, ne? Was willst du da machen? Was willst du da machen? Das ist echt krass, Alter. Vielleicht werden wir uns in ein paar Jahren das Ding ja angucken und uns denken, wie konntest du nur gegen diese NPCs verlieren? Die sind doch so leicht, hahaha. Oh, ja, ich fahre aber auch scheiße, ne? Nein, was passiert denn hier? Ich habe auf die Strecke geguckt. Oh, okay. Oh, der hat eine Boomerangblume jetzt hinter uns. Da können wir uns natürlich treffen. Da liegt ein Bob um und der trifft uns. So, und da vorne ist der zweite. Wo ist denn der? Da ist der erste. Okay, wir haben einen Pilz bekommen. Nein! Und der Backspam, der Pisser! Was soll das denn? Hier, ist der Wahnsinn. Och, Mann! Wir machen es uns aber auch immer selber schwer, ne? Ja, wie so? Och, Mann! Und natürlich, ich bin extra nochmal durch die... Och, fick dich!